Wieder zurück mit laufender Uhr. Warne gerade 5 Minuten, na toll. Gut, ich hab aber die DK-Münze, ich hab das, das ist gut. Ich muss jetzt nur noch das Rennen schaffen. Und wie ihr gesehen habt, es ist nicht gerade simpel. Okay, ich muss hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, genau. In dieses Fass rein. Und dann immer den Bananen folgen. Also erstmal nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Gerade, 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 gerade. Links, 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 links. Und eine Wand von Wespen. Also man kann ihn auch einholen, wie ich gesehen habe vorhin. Aber, das Problem an der ganzen Sache ist, ich bin auch verdammt, ähm, angehalten dazu, Wespen auf dem Weg zu besiegen. Und dergleichen, was er nicht macht. Und deswegen verliere ich auch die Zeit wieder, die er, die ich einhole, dadurch, dass ich ein bisschen schneller fliege als er. Und ich mache auch lieber beide kaputt. Wenn hier so 4 sind, dann, äh, 2 kaputt, weil, ähm, ich möchte eigentlich, mir am besten noch einen für ein Ziel gerade nachher aufheben. Weil, ich glaube, wenn es nachher knapp werden will, dann, dann kriege ich in meiner Hektik wieder den, lalalala, und hoch. Kriege ich in meiner Hektik irgendwie so einen Knall und, äh, 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 ziehe dann voll durch. Ähm, ja, Ziel. Was? Da kommt nichts mehr? Und, zwei Leben? Was? Das ist ja toll. Na toll, das hätte ich in das letzte Video wieder locker noch mal reinstecken können. Aber vielleicht hätte ich durch die Pause, sonst vielleicht hätte ich es ja nicht geschafft. Schafft, 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 schafft. Genau, bezahlen wir ihn hier. Ja, genau. Ah, in der zweiten Welt ist immer noch Swanky offen. Darf ich nicht vergessen. Klingendes Krokodil. Und, jetzt kommt der Endboss. Baruduel. Okay, ähm, wenn ich den jetzt schaffen sollte, dann... Ah je, oh je, da ist das hässliche Schwein. Und jetzt ist halt Captain, wie gesagt, Captain Kalitzchen, ja, macht irgendwie den Wortwitz weg. Ähm, ja, also ich kenne ihn. Und er war schwierig. Es gibt, also er hat einen neuen Trefferkanne ab. Ähm, er macht immer... Und ich habe mit Absicht auf Didi gewechselt. Grund, ich brauche Dixi nachher auf jeden Fall. So, ähm, ja, er schießt jetzt wieder. Genau. So, und auf jeden Fall, das wird auch immer schneller. Und es gibt immer drei, äh, immer das gleiche Bewegungsmuster, das immer ein bisschen schwieriger wird. Hier schießt er erstmal zwei Kugeln, die er mir in die Mitte legt. Und dann halt ab und zu mal rumfliegt. So. Gut. Er ist geschluckt und dann schießt er das Ding ab. Okay, jetzt fällt er das erste Mal um. Genau. Jetzt kommt er hier wieder. Hö, 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 hö. Ich kriege ein Fass. Das Fass kann ich aber nur beim ersten Mal... Ja genau, jetzt kommt das hier. Er schießt was auf mich und ich muss ausweichen. Danach fährt er einmal rüber. Glaube ich. So, immer wieder da rein mit dem Ding, siehst du, da ist es weg. Und, ja. Okay, sieht doch gut aus. Okay, jetzt müsste er wieder anfangen zu schießen. Jetzt ballern die aber auf den Boden, uff. Äh, Butz und Brotz und Brunzel und Wunzel und Knabumpel und... Irgendwann kommt dann halt ein Fass mit dem Teil drin. Das haue ich ihm da rein. Doof zum Scheißen, ey. Oh Mann. Okay. Naja, wäre ja auch ein Riesending, wenn ich das jetzt wirklich beim ersten Mal gleich schaffen würde. Wobei, freuen würde es mich trotzdem. Ja, hat mich aber nicht zu freuen, weil ist schon vorbei, die Chance. Chance vertan, lalala. Alles nochmal von vorne. Ja, tatsächlich. Äh... Er fährt, genau. Okay. Dann kriegt er ihn reingeknackt und ich wechsel. Okay, ich muss mit einem Klamm, Klamm, Schuss. Weil der Schuss jetzt ist noch leicht zum Ausweichen. Aber, der wird immer schneller. Und ganz am Ende ist es verdammt schwer dem Ausweichen. Pam. Okay. Pam, pam, pam. Deswegen ist es auch einfacher, Dixi am Ende übrig zu haben. Meine Klofrau. Meine Klofrau. Der Besen. Okay. Und, haust du meinen rein? Nein. Hm, toll. Ja, was heißt das? Alles nochmal von vorne. Also zumindest, der dritte Treffer. Und dreimal. Und jetzt kommt er mit. Ja, schön. Und, hau ihm rein. Okay. Schuss. Ja gut, das ist noch leicht. Okay. Jetzt kommt wieder Donkey Kong. Hä, hä. Ich bin doof, ich bin doof. Guck mal, hä. Das war eigentlich saublöd, ey. Anstatt einfach alle zu... Achso, ja. Ja. Ja, anstatt alle zu kitten, wenn der Erste erstmal hängt. Ich meine, der kommt anscheinend nicht raus aus seinen Seilen. Plopp. Du Affe. Ja. Und nu? Ja, genau. Jetzt fängt wieder das zweite Muster an. Mhm. Genau, also das Erste kriegen wir noch hin. Ja. Eins. Zwei. Wurz. Wurz. Wurzel, Mann. Wurz. 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 Ach, nein, Hennen. Jetzt müssen wir wieder den letzten Schritt alleine schaffen. Ich schaff das noch nicht alleine. Ich brauch Hilfe. Was sagt die Zeit? 5 Minuten 33. Passt. Äh. Hm. 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 Ja. Ja, ja, ja. Moment. Und ich sage gerade deswegen nichts, weil ich mich konzentriere. Na klar, noch einer. Und jetzt bitte das Fass. Ja, geht doch. Und weg damit. Oh. Pounce. Ja, bitte. Und jetzt ein Fass. Ein Fass, ein Fass. Ich brauch ein Fass. Es gibt kein Fass. Doch, es gibt ein Fass. Nein. Okay. Jetzt wird es nämlich gefährlich. Er schießt so eine Dinge, die mich beeinflussen. Ich glaube, damit würde ich mich sehr langsam bewegen. Und jetzt wird auch noch unsichtbar das Schwein. Ja, bitte. Schnell. Ja, ich habe gar keine Chance mehr. Ich habe keine Chance mehr. Weil es ist unmöglich für mich, das auszuweichen. Und ich bewege mich sehr langsam. Ja, und das ist doch bescheuert. Doch? Okay. Junge. Das geht. Okay. Okay. Was kommt jetzt? Ich glaube, jetzt kommt das mit... Er tauscht meine... Ja, da kann ich... Kann ich machen, was ich will. Dem weiche ich nie aus. Ja. Jetzt bewege ich mich falsch rum. Na toll. Bin genau... Mann. Toll. Ach. Das ist gar nicht so schlimm. Aber trotz allem. Ich meine, das war doch gemein. Ich konnte doch nicht wissen, dass der da auftaucht. Das war doch fies. Ach, ich muss die einfach behalten. Beide. Bis zum Ende. Ja. Ja. Und ja. Okay. Her mit dem Ding. Rein mit dem Ding. Und schieß. Du Sack. Okay. Jetzt schießt er mit zwei. Und einmal. Und zweimal. Und... Dreimal. Jeboll. Und... Ja. 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 Und... Plutsch. Ups. Okay. Habs überlebt. Ja. 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 Du Penner. Okay. Ja. 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 Wir haben's gesehen. Du kannst dich mal pissen. Du siehst scheiße aus. Wir wissen's. Ich guck mit meinen Augen lustig. Mir hast du nicht drauf. Du pisster Affe, ey. Hässlicher Schwanztier. Und Flabumska. Na. Jetzt hätte er mich fast erwischt mit der Scheiße. Okay. Jetzt die prallenden... Ich sollte mich nicht zu weit hinten halten. Es gibt... Ist... Ist das wahr? Ist das noch... Ey. Ist das verdammte Scheiße wahr? Ich fass es nicht. Okay. Okay. Sorry. Ich hab schon wieder geschwiegen. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Okay. Das... Haben wir vorhin auch schon mal geschafft. Also... Wieso sollten wir es nicht nochmal schaffen? Ganz einfach. Weil wir zu blöd zum Scheißen sind. Okay. Einer kommt noch. Ja. Okay. Jetzt. Und. Jetzt bloß das Fass erwischen. Hm. Ja. Ich hab's erwischt. Toll. Ja. Und es ist schon wieder Zeit für einen Cut. Bis gleich.